Willkommen zurück bei Stranded Deep. Endlich mal wieder ein bisschen Inselaffe spielen. Wie ihr euch sicherlich erinnern könnt, haben wir das letzte mal hier abgespeichert. Und zwar mit dem Blick auf die schöne Hütte, die ich bis hier gezimmert habe und die möchte ich auch gerne noch weiter verwirklichen. Das heißt in diesem Falle jetzt natürlich hier die Außenwände noch ziehen, damit das ein bisschen Gesicht hat und hauptsächlich erstmal eine neue Axt craften, das habe ich mir hier schon hingelegt gehabt, wofür ich Steine brauche. Das heißt es geht jetzt erstmal los. Den Hammer hier gelassen und ein paar neue, eine neue Axt gecraftet. Steine müssten ja eigentlich noch überall rumliegen. Geht's einfach mal nach Nordosten. Nicht lange gefackelt, sag ich mal. Mit unserem Speedboot ganz ganz schnell Richtung neue Insel. Äh, naja nicht neue Insel, aber Richtung neue Steine. Kann man mich gut hören, ich hoffe. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass in der Nacht die Haie schlafen, das heißt man sollte wirklich versuchen in der Nacht irgendwo hin zu tuckeln. So, da hinten haben wir sie doch schon, war nicht so weit weg. Ich glaube auch wirklich, dass hier Steine drauf sind, aber ich hatte glaube ich nur zwei Inseln oder so abgegrast und halt, also ich hatte wirklich nur zwei Inseln abgegrast mit Stein, aber in meinem Glück ist es jetzt die zweite Insel, die ich da abgesammelt hatte. Äh, ja, auf R war die Flutlichtlampe. Ähm, sind hier wirklich keine Steine? Öff, ist nicht wirklich, oder? Da liegen doch sogar Sticks rum, da werden doch immer noch Steine rummodern. Jetzt. Wirklich keine Steine auf dieser verfluchten Insel, das gibt es doch gar nicht. Ich denke, ich bräuchte ja eigentlich nur einen, ne? Einen. An Nordosten bin ich gefahren, das heißt Südwesten ist unsere Insel. Daaaah. Daaaah. Ech. Das ist doch schon wieder nervig. Ich werde hier nicht. Ich werde hier nicht wieder kreuz die quer zickzack fahren, weil ich genau weiß, ich würde meine Route wieder vergessen, wo ich langgefahren bin. Ah, da hatte ich gesagt, dass die Haier in der Nacht schlafen, da war schon wieder einer. Daaaah. Dann nichts mehr mit Nachtruhe. Daaaah. 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 Wirklich blöd ins Wasser zu gehen, ich kann mich也 streaming gar nicht wehren. Das ist ja schön. war wieder zu tief eine flare gun die mir jetzt so gar nichts bringt so ja genau von da bin ich gekommen zwischen südosten und osten müssten jetzt praktisch genau auf die insel darauf zu holen die wir jetzt nicht sehen nach dem laden zu urteilen müssten wir eigentlich schon da sein da gab es nämlich gerade ein mörder entspanntes leck ich kann nicht sehen ich kann nicht sehen wir sollten noch auf kurs sein der regen ist so laut dass ich das gepaddel nicht mehr höre fällt mir ein ich habe gar nicht geguckt was die uhr sagt ach ja hier war doch gerade noch ein schiff ich wollte gerade sagen hauptsache es plattert unter wasser genauso eine machete na guck an da kann man sich doch schon mal wieder wehren aber kaporetta brauche ich eigentlich nicht ja da geht ihm schon wieder die luft aus er war da nicht ne war da noch was drin ich würde sagen nope nein rot rot so 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 war es ne fiel südost ja muss mir mal angewöhnen und meine kurse auf zettel zu schreiben sonst sauche ich hier wieder ab oh noch ein äh schiff ach ist doch schon wieder viel freundlicher ja die braucht kein schwein ist super wollte ich nicht eigentlich geschleit gut hängt also es ist immer das gleiche in dem drin noch hier oben was aber ja auch damit werden die tasche schon wieder voll ne super 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 aber immerhin schon mal zwei macheten das heißt ich muss mir keine kräften du 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 was ist denn da unten da war ich doch gerade unten oder oder ist das auch ein anderes boot noch ach noch ein boot hier für den Schiffsfriedhof nicht dass ich mich beschweren würde äh Dose Bohnen kann man eigentlich gar nicht gebrauchen nicht dass ich jetzt irgendwie langsam eingebildet und ja ne eingebildet bin und Luxusgüter nehme nur noch oh flippers ohne machete propeller mittlerweile so viel zeug dass ich drei motoren hätte ranhören können hopp da ist ein Hai so genau da wollte ich doch hin ne das hat sich nur etwas verändert ich brauche trotzdem mal Steine das heißt ich werde im schweren Herzens gleich die Sticks hier liegen lassen und Steine mitnehmen weil es könnte dann wirklich sein dass ich nochmal irgendwie was craften muss und wenn ich keine Steine habe stehe ich da mit offenem Haar ja das ist doch nicht die Möglichkeit ist das doch nicht so war hier nicht irgendwo der Hai in der Nähe eigentlich will ich nur Macheten sammeln da war einer ich hab sie gesehen iiii so vorsicht und Giftgefische lauern überall ja ja ist nur Laterne verplegern Pocket Knife braucht kein Mensch die könnte ich eigentlich auch gebrauchen ist die wirklich so nah dran wie sie aussieht wahrscheinlich ich gehe erstmal aufs Boot und überlege was ich hier lasse die Jericam könnte ich nämlich auch gebrauchen ähhh Ducktape brauche ich eigentlich nicht und die müssen auch weg und ähhh ähhh ist doch schon wieder zum Mäuse melken sag mal geht die Sonne schon wieder unter die ist doch gerade erst aufgegangen ich würde mich wohl verarschen so nicht so was wollte ich mitnehmen die Laterne die Jericam auf jeden Fall dass der Motor irgendwann mal äh effizienter wird jetzt hat jeder keinen Platz für Steine das ist doch nicht zu fassen ach ich brauche die Hämmer eigentlich auch nicht muss man so immer alles mitnehmen ist das überhaupt da wo ich hin würde? ja schade um die Sticks aber zwei helfen mir auch nicht unbedingt weiter wo es schon zwei Support Sticks wären aber warum ist denn hier eigentlich schon wieder die Sonne untergegangen? und warum habe ich schon wieder Hunger? hey hat das so lange geregnet? das kann doch unglaublich sein äh unmöglich sein meine ich da ist noch ein Schiff ah hier war ich bestimmt schon also die Insel sieht mir so bekannt aus ein Stein leider keine Wahl ich brauche Steine so auf der Insel liegen jetzt bestimmt so 20 rum weil man kann ja nur vier tragen in einem Slot und wenn es richtig dicke kommt dann richtig mörder dicke so schon voll wenn nicht mal die ganze Insel umkreist schon vollgestopft da ist schon noch einer aber ich muss erstmal was essen ah ich muss auf jeden Fall was essen haue er die Axt hier weg und fälle er diese Palme die Uhr die Uhr du musst dann auch ein bisschen oh ja mit der Pflege an drauf hauen ja mit den vier Hälften kommen wir sowieso nicht weit ne naja geht eigentlich aber wer da kann na ne unhittable coconut zack da habe ich die Axt hin geworfen da den nehme ich erstmal mit da habe ich die Axt hin geworfen da und dann gehe ich dann nochmal auf das Schiff gucken gehe ich mal davon aus dass ich hier noch nicht war was denn nein ne der Glück hat es auch schon wieder rum jetzt auf den Seeigel treten wir auch ganz entspannt ah ne hier war ich schon gucke einer an hier war ich schon drin weil hier ist schon alles offen ja geplündert quasi liegen lassen ne ja ach ja das war es hier mit der Haiefalle ne ich höre auch schon wieder wo ist er da schlimm genug dass man hier nicht runter kommt von dem Ding ich habe ja meine Flippers an da bin ich rucki zucki weg so schnell kann der Hai gar nicht gucken so was sagt die Uhr ja 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 Taschen voll ne super aber ich habe das was ich wollte und jetzt geht es Richtung Südostweich Nord Nord West die da hinten müsste es sein deswegen ruder ich rutschig wollte ich sagen rudere ich da auch mal